Wie heißt du? Fabule Thiri. Wie alt bist du? 16 Jahre alt. Auf welcher Position spielst du? Stürmer. Was waren deine bisherigen Vereine? Der TSF Ditzingen. Wer ist dein Vorbild? Kylian Mbappé. Welche Mannschaft nimmst du bei FIFA? Juventus Turin. Was waren deine persönlichen Ziele? Mich bestmöglich weiterzuentwickeln. Was sind die Ziele mit der Mannschaft? Ganz oben mitzuspielen.